Hi, ich bin Kostov und ihr seid auf dem Videokanal der Brettspielbox. Heute Kläppchen Nr. 11 und ich wünsche euch viel Spaß beim Adventskalender. Der 3. Advent und 11. Dezember oder das 11. Kläppchen, was sich heute öffnet, die 3. Kerze, die angezündet wird. Ich hoffe, ihr könnt das wunderbar im Kreise eurer Familie, Freunde, Partner, wie auch immer, machen. Und ja, heute Kläppchen 11 hier auf dem Kalender. Die Gewinner sind ermittelt. Viele haben sich schon gemeldet und die ersten Pakete werden Montag dann rausgehen. Das, was heute jetzt hier passieren wird, wird am 15. Dezember ausgelost. Und vielleicht habt ihr dann schon die Chance, dass das Paket dann, wenn schneller Rücklauf da ist, vielleicht auch noch bis Weihnachten dann zu euch ausgeliefert wird. Ich weiß, dass im Moment die Paketdienste hier, die Post viel zu tun haben. Also, vielleicht habt ihr ja Glück. Aber worum geht es denn eigentlich? Heute könnt ihr gewinnen. Familie Tales ist ein ziemlich dicker Brocken. Ein wunderbares Spiel von Played Hat Games. Es ist ein Familienspiel. Für ein bis vier Spieler wird kooperativ ausgetragen. Ab acht Jahren kann man da schon spielen. Und das Setting dieses Spiels dreht sich darum, dass wir als Verbündete oder Vertraute des Zauberers Meister Merilius auftreten und eine kleine Prinzessin, zunächst klein, beschützen müssen. Und ein Stück weit auch an der Erziehung arbeiten. Das Ganze passiert über so ein schönes Buch, was zentral in der Mitte steht. Viele Karten sind dabei. Und dazu gibt es eine richtig tolle App, die super vertont wurde mit ganz vielen schönen Stimmen, wo halt die Geschichten dann auch vorgelesen werden. Also wunderbar auch dann im Kreise der Familie zu spielen. Vielleicht sogar dann in den Weihnachtsferien. Ja, das Ganze ist so kampagnenbasiert. Und wir als Vertraute müssen halt gucken, dass wir an der Erziehung der Prinzessin arbeiten, sie heranreifen lassen, mit unseren Entscheidungen möglichst positiv beeinflussen, mit dem Ziel, irgendwann auch den Thron wieder zurückzuerobern und dann aber auch als eine Persönlichkeit dann dort auftreten zu können. Und das liegt so ein Stück weit in unseren Händen, wie wir dann spielen, eben was aus dieser Prinzessin am Ende wird. Ich hoffe, ich habe euch so ein bisschen den Mund wässrig gemacht. Wenn ihr dabei sein wollt, wäre es mega klasse, wenn ihr dem Kanal hier folgt, also ein Abo abschließt. Ist keine Verpflichtung, aber es freut mich natürlich, weil das meinen Kanal halt auch ein Stück weiter bringt. Und ihr müsst vor allen Dingen eine Frage beantworten in den Kommentaren, hier direkt unter dem Video. Relativ simpel, was ist euer Lieblingskooperationsspiel? Also ein Spiel, wo ihr mit mehreren zusammen spielt. Was ist so euer All-Time-Lieblingskoop-Spiel? Gucken, vielleicht mache ich aus diesen ganzen Umfragen hinterher nochmal so eine Top-Liste. Also was sind meine Koop-Spiele und was sind dann eure und stellt diese ein Stück weit gegeneinander. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Also, schreibt doch bitte gerne in die Kommentare hinein, was ist euer Lieblingskoop-Spiel? Wie gesagt, es zählt nur das, was am heutigen Tag hier auch eingetragen wird, nicht jetzt in den Tagen danach. Und Auslosung ist am 15. Und es wäre super, wenn ihr euch mit 4 Euro am Porto beteiligt. Ich denke mal, das ist für dieses Paket schon ganz lohnenswert. Bis dahin wünsche ich euch und euren Lieben, eurer Familie, Freunden, Partnern, mit wem auch immer ihr diesen Tag heute verbringt, eine ganz schöne Zeit. Spielt was Nettes oder geht auf den Weihnachtsmarkt. Ist draußen ja ein bisschen kühler. Da lohnt es sich dann, den einen oder anderen Glühwein zu trinken oder Punsch. Wie auch immer. Und am Dienstag sehen wir uns hier auf dem Kanal dann wieder mit einer neuen Kolumne. Und ansonsten könnt ihr auch gerne auf dem Blog weiterverfolgen. Ich glaube, das Kläppchen morgen gibt es dann auf Facebook. Ja, Facebook müsste das sein. Aber alles andere steht ja auch auf der Homepage. Da könnt ihr einfach immer nachschlagen, wo das jeweils aktuelle Kläppchen dann sich öffnet. Also, macht's gut. Bis dann. Euer Christoph. Tschüss. Tschüss.